Du kommst bis die Tür, schaltest das Radio an, was hörst du, wenn du diesen Sender hast, was hörst du, wenn du eingeschaltet hast? Du hörst, dass du aufrecht leben musst, du hörst, dass du anderen geben musst, du hörst, dass du ein Tag sagen sollst, wie Gott es dir beteiligt, wie Gott es dir beteiligt. Katolöses Radio, Katolöses Radio, hörst du, hörst, dass du dich vor, Katolöses Radio. Radio! Es gibt keinen Schmerz, der mir nicht gefällt, es gibt keine Angst in dieser Welt, es gibt keinen Schmerz, der mir nicht gefällt. Was ist Liebe und was ist Hass, was ist Freude und was ist Spaß, was ist Liebe, was ist Hass, was ist Freude und was ist Spaß. Es gibt keinen Schmerz, der mir nicht gefällt, es gibt keinen Schmerz, der mir nicht gefällt. Was ist Liebe, was ist Hass, was ist Freude und was ist Spaß. Was ist Liebe, was ist Hass, was ist Freude und was ist Spaß. Ihr seid Bettler, ich bin Störter, mein Leben, das wird euch niemals sein. Doch ich will nicht, doch ich kann nicht und ich möchte kein Sklave sein. Ich habe genug geredet, ich habe genug gefühlt und ich kann nicht mehr erklären, wie es sich für mich anfühlt. Ich kann nicht mehr erklären, wie man dem Umfeld reagiert. Und ich weiß nicht, versprechen, wie ich mich einhalten kann. Und ich weiß nicht, versprechen, wie ich nicht mehr schreiben kann. Und ich sage und ich führe und ich schreie aus mir raus. Und ich denke und ich schreie aus mir raus. Und ich denke und ich schreie, es kommt niemals heraus. Hey, bist du noch am Leben? Hey, was kann ich dir noch geben? Ja, ich führe und ich spreche und ich schreie aus mir raus. Und ich schreie und ich spreche, denn ich weiß nicht, was einmal war. Ich weiß nicht, was einmal war. Ich weiß nicht, was einmal war. Hey! ARD Text im Auftrag von Funk